SN1, Sport aktuell. Wir haben umgeschaltet zu den Springreitern auf der Pferd- und Jagd-Hannover-Messegelände. Ein Parcours ist hier aufgebaut und zahlreiche Teilnehmer am Start. Im Moment sehen wir gerade Halla bei ihrem bisher fehlerfreien Start. Wird sie es schaffen? Da der Burkenoxer. Und nun noch das Koppelrick. Ja, sie hat es geschafft, der erste fehlerfreie Ritt. Und nun am Start, Klein-Meverrick, eine Pedelstil-Gitarre, die auf der Lukenbach-Renz steht. Stahlharte Gummihufen an ihren vier schlanken Beinen. Soeben begibt sie sich auf den Parcours. Jetzt der erste Sprung. Oh, so ein Mist. Schon vier Fehlerpunkte. Gleich beim ersten Sprung. Da der Wassergraben. Meine Damen und Herren, wir müssen zurückgeben ins Studio. Hier musste das Turnier leider gerade unterbrochen werden. Wir melden uns wieder, wenn es hier weitergeht. Ja, dann können wir ja nur hoffen, dass... Ja, dann können wir ja nur hoffen, dass...